Hallo, hier ist Andrea aus den Philippinen. Ich habe heute JR als Gast. Er ist ein Filipino und er erzählt uns, für was Sie nach der High School oder nach der Universität arbeiten, beziehungsweise für wen Sie arbeiten. Hier in den Philippinen ist ein Verkaufsgebiet, das wir immer noch nicht denken müssen. Wenn wir verkaufsgebiet werden, werden wir erstmalig machen, dass alles fertig ist, und wir investieren etwas für unsere Zukunft, für unsere Zukunft, für unsere Zukunft. So, wenn wir graduate, oder wir haben die Privilege von in der College oder in der Universität, die erste Sache, dass wir machen, ist, um ein guter Job zu finden, und um unsere Eltern und unsere Familie zu entscheiden, um zu verabschieden. Es ist unser Weg, zu sagen, zu ihnen, für alle ihre Erfolge, of investing in you for our education so it's our turn now to return the favor that they have given us especially to our brothers and sisters who are still studying so those are our one culture here in the Philippines and I think that is a positive trait of Filipino people so out of that we just are turning all the favors to them so I guess marriage marriage life it has something to we need to think about first and we decide if ever you are really ready for for that one because sometimes when we are getting married as early as earlier so we tend to have a broken relationship so that's something that is not good so you better think first before you get married make sure that everything is settled you have invested something you have a house you have you have what you need for your future children and all so that's it but not you too you 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 you